Eines Morgens wachte ich auf und hatte keine Lust mehr auf Das ganze Geschreibsel, die ganzen Kommentare oben drauf Stellvertreterdebatten immer zu, jeden Tag wie in einem Loop Bis man irgendwann genau wusste, was der nächste schreibt Und die anderen auch wussten, was ich dann darauf schreib Eines Morgens wachte ich dann also auf und hatte keine Lust mehr auf dieses Spiel Ist irgendwie komisch, denn eigentlich bin ich ja total Kommunikationi viel, sehr viel eigentlich sogar Aber dann war ich nicht mehr dazu bereit Es wurde komisch, komisch Komisch, komisch Es wurde komisch Komisch, komisch, komisch 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 Komisch